Also wirklich, also Helm muss ich sagen, der ist mit am besten ausgerichtet. Ha, danke. Muss ich jetzt fortfahren? Ich will kein fortfahren. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu GTA Online, meine lieben Freunde. Wieder mit am Start ist der Chris Play. Hey ho. Der Rivano. Yeah. Der Gabax. Jo, alle Leute. Und der Mr. Helm. Hallöchen auf Klöchen. So. Top Fun 2, liebe Freunde. Jetzt starten wir nochmal und ja, nur mal so. Wir haben den Schlitzer 4 gespielt vorhin, aber komplett Black Screen. Das ist ein ganz, 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 also wir wurden sehr nett, ja, verarscht. Die alle jetzt Jäger machen. Was sollen wir Jäger machen? Zwei Jäger, drei Gejagte. Wer macht den Neger? Onkel? Ich geh rüber und sag's. Muss annehmen drücken. Ich bin doch. Bereitreten. Dö, 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 dö. Ja, lass mich doch erst mal einstellen, jetzt. Mach doch mal hier nicht so'n Stress. So. Alter. Jetzt für den doofen Helm, was muss ich machen? Abhauen. Ähm, habt ihr jetzt ein Fahrzeug, oder? Ja, ne? Auto nehmen. Genau, dann musst du jetzt mit dem Fahrzeug abhauen. Und zur Stelle fahren, wo sie angezeigt wird. Und wir müssen versuchen, euch abzuknallen. Genau. Bin ja weg. Ich bin ja die ganze Zeit. Du musst jetzt die markierte Strecke fahren, logischerweise. Alles klar. Und die fahren mit, äh, fliegen mit Jets hinter uns. Wie, du steigst das Arsch doch denn nicht ein? Wie steigst der ein, bitte? Äh, Dreieck. Achso, du hast den kann. Wie, Dreieck? Du bist ohne Dreieck. Genau. Ne, ich hab doch einen Controller. Dreieck. Ja, Dreieck. Genau. Ja, 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 ja. Das ist wie bei Transformers, ne? Wenn die dann mit den Jets hinterher flattern. Ey, wie bescheuert ist das denn? Was denn? Ich hänge und park mein Auto fest. Oh, Sack. Ja, warum spinnt eigentlich das Jet-Flugzeug so komisch rum? Irgendwie ist das gerade... Also, heute ist hier echt der Wurm drin. Ich störe so hier. Der Wurm. Ja, das hättest du mal Dreieck gedrückt. Oh, Alter. Dann wäre das nicht passiert. Warum verkeh ich das Viehbeute so komisch? Haben die eigentlich einen Patch weg? Der lässt sich richtig scheiße fliegen gerade. Haben die einen Patch rausgebracht für das Spiel? Ja, aber auch. Einen Patch, dass man nicht mehr spielen kann. Oh, Mann. Oh, da hab ich einen. In Rivado. Ja, super, ey. Kein Witz. Ich wurde aus dem Auto gezogen. Dann ist noch ein Auto über mich drüber gefahren. Und mein Kadaver ist halt die Welt gut verlappert. Ich war fast vom Ziel. Ja, das fand ich gut. Achso, ich kann das nur zugucken bei Chris, ne? Ah, geil. Statt die dumme Sache. Oh, der Onkel. Bier da rumeiert. Da fliegt einer im Tunnel. Da fliegt einer im Tunnel, ne? Oh, wow, 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 wow. Der Pferd, Alter, ist auch unterwegs. Entschuldigung für die... Ich bin kurz vom Haus hochgezogen. Das war ein bisschen... Komplett gerade Strecke hier ist. Aber Helm. Helm reicht nicht aus. Ja. Helm, ich bin, äh, ich beobachte dich gerade. Oh, gib weg. Ganz schön. Und ich, äh, versuch dir, ja, ich versuch dir zu helfen, falls irgendwo eine Rakete kommt. Sag ich dir, wo du, äh, fahren musst. Wo ich anhalten kann, oder was? Nee, am besten, wenn du dann aus dem Auto springst. Ja. Ah, der Onkel hat ihn gekriegt. Nice. War der Boom. Perfekt. So, jetzt fehlt Helm nach. Jetzt hast du den Herrn Helm, genau. Pass auf, von vorne, Kopf, hast du genau schön abgeholt. Seh, du. Hast du sehr schön gemacht. Okay, ja, geht natürlich die Treppe hoch und runter, oder? Nein. Direkt hinter dir, ist der Pummel. Bäh, 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 bäh. Ja, Leute. Ja, ihr war nur... Du spielst doch gar nicht mehr, oder? Nee, ich helfe dem Helm, aber ich seh ihn ja von oben. Dann kopf. Die Klappe halten, wäre cool. Ist das schon vorbei? Und ich wollte gerade sagen, der Helm hat doch einen Helm auf. Ich hab aber lange, lange ausgeliefert. Also wirklich, also Helm muss ich sagen, der ist mit am besten ausgewichen. Ha, danke. Du musst jetzt fortfahren. Ich will kein fortfahren. Davonfahren. Jetzt hab ich das verstanden. Dann kehren die wieder, ne? Besuch, Flachwitz. So, und jetzt, ach, nochmal, wa? So, ja, jetzt bin ich fahrer. Jetzt fliege ich mit dem Jet, oder was? Du kannst auch gerne rüberkommen. Nein, nein, ich will nicht. Ich kühle kein Jet. Ach so, nein, es wird getauscht. Also ich fahre jetzt mit dem Fahrzeug. Oh Gott, Papa. Sehr schön. Also, okay, wir haben gute Garten. Abwarten. Weil der Rihuana kann, glaube ich, nicht... Ach, wir sind nur zu zweit, verdammt. Kann man auch, ähm... Ey, was macht der denn? Das ist ein einsteigender Honk. Was ist bei mir schon einsteigend? F drücken einmal. Und Dreieck. Dreieck. Jetzt Gas geben. Ja, flieg auf mich. Oh, jetzt machst du den Scheiß. Ich will, ey, was machst du denn? Wie kann ich schießen? Wie kann ich schießen, Leute? Leertaste. Ist der jetzt sofort tot? Oh, Scheiße. Und du kannst mit... Du kannst mit Umsch... Mit Tapp kannst du die Waffe wechseln. Mit Tapp kann ich Waffe wechseln. Was für eine Waffe denn? Ja, du hast... Ja, du hast... Genau, zwischen Rakete und Maschinengewehr. Kanone, Rakete. Okay. Ja, der Papa ist der einzigste Überlebende. Mal wieder, mal wieder. Der Quiz... Der Quiz hat mich gerammt und dann bin ich auch... Ja, 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 ja. Der Quiz hat mich gerammt und dann bin ich auch... Ja, 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 ja. Du bist da oben gegangen. Ich war immer über dir. Ich bin da oben, ich bin grad eingestiegen. Du kommst so von hinten und fährst mit dem Flugzeug rin. Ja, dann wär ich auch kaputt gegangen. Nee, weil du über mich drübergerollt bist. Ich war nicht drübergerollt. Wo ist der? Der unten da immer noch. Oh. Ach ja. Herrlich. Oh, herrlich. Ja, das war echt klasse. Und ich dann... War ich so beschädigt, weil ich dich gerammt hab, dass ich abgesperrt bin. Was? Das sieht aber gut aus. Sieht aber gut aus. Oh, das sieht aber schlecht aus. Oh, hilf! Ich weiß nicht mehr. Verdammt noch mal. Ich hab noch nicht mehr... Oh, was jetzt? Ach, bist du am Morgen geflogen? Oh, ich hab so eine Brücke im Weg. Ich hab absolut kein... Ach, die war im Weg. Hab's da schon hingebaut, ne? Hey, hab ich mal dafür, dass ich erst mal ein Jet geflogen bin. Boah, ich hab die nicht gemerkt. Das war mein Problem jetzt gerade. Du hörst jetzt das Bibi, 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 Bibi. Nee, überhaupt nicht. Ich war... Ich war... Gewinner hat da gesagt. Ich bin jetzt total erschrocken. Das ging einfach paff und ich bin hochgegangen. Und jetzt? Tafpuff. Gefällt mir gut, gefällt mir schlecht. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Super. Super. Nochmal. Prima. Das war klasse. Oh mein Gott. Nur scheiße, dass sie dir die Brücken so tief bauen, ne? Ja, hör mal. Soll ich mal wiederholen, oder? Du mit deinem Dreieck drücken, du. Dreieck drücken, ja. Hast du ja gesehen? Da rammst du nur ein anderes. Erzähl dir mal was. Hallo Rivano, quatsch mal jetzt nicht. Erzähl mal was, wir haben bloß kurze Zeit. Was sind denn da? Wir haben hier einmal ein Dings, Aktualisierung. Hier, Staffellau. Achso, upsala. Ja, kann ich sehen, würde ich auch sagen. Okay, jetzt haben wir hier das Auto... Ja, jetzt haben wir das weg. 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 Nein, das ist doch scheiße. Ich will mal fahren, Autofahren hier. Wieso Hintergrund klickt. Wieso Hintergrund klickt? Was ist jetzt? Jetzt müssen wir falsch versprengen. Ich bin bei mir GTA Online. Wieso Hintergrund klickt? Ach schön. Ich will den Autofahren klicken. Klick, klick, klick. Was ist jetzt? Nein, rennen, rennen, rennen. Radio, was ist los? Auf aus. Unbewältig. Einladen, ich verstehe kein Wort. Ich spiele einladen. Ich spiele einladen. Von der Funktionstöchigkeit eigentlich. Multiplayer-Modus. Einwandfrei. Man muss erst in ein Spiel beitreten, damit man wieder ein Spiel beitreten kann. Das habe ich noch nie gesehen. Bei mir gleich ein Black Screen kannst du auch mal spielen, irgendwann. Meine Wette. Meine Wette ist... Vergessen wir mal Wette. Wer gewinnt? Mach mal einen Daumen hoch hier. Ich nicht. Beigetreten. Wird geladen. So, was möchtest du jetzt machen? Aus Fallschirm springen? Wie kann ich den Fallschirm öffnen? Ich bin da. Dreieck. Ich bin rechts, links oder links. Springen. Und dann, rechten Mauskopf. Springen. Und wenn jetzt... Ich falle. Öffnen, öffnen, du Idiot. Und jetzt... Oh, 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 oh. Mein Rast hat mir da voll aus. Ach, guck mal hier. Dann krieg ich das voll gut hin. Er ist voller Profi, der Typ. Lasst euch mal schön vorfliegen. Alter, wie übel hoch wir sind. Dachfluch ist... Oh, fucking... Du kannst noch mit R... Oh, oh. Wie soll ich denn so schnell drehen? Von ab und zu... Mit R2 und R... Ja, ich hab keine... Hallo, ich hab keine Kontrolle. R2 und R... Ach, scheiße, ja. Sorry, ja. Ja, okay. Soll man denn den einen da bitte kriegen? Das ja... Ich weiß auch nicht, wie man das hier machen kann. Ich kommt auf die Punkte an. Nicht auf den R1. Du kommst... Nee, des... Des Kreises hübsen. Nee, Quatsch. Kommst, kriegst du nämlich volle Punkte und 15 Punkte. Ja, das hab ich jetzt hochgeraten. Wenn du mehr hast als der andere, dann... Boah, du musst... Oh, eben. Hast du gewonnen und nicht der, der zuerst angekommen ist. Ach, da unten ist die Militär... Nee, das ist schon krass. Kann man mit dem komischen Fallschirm auch noch ein bisschen abheben? Oh. Wow. Dann krieg ich die jetzt hier ein rotes System. Das System müssen wir jetzt mal kapieren. Liegt sie aber auch scheiße. Warum ist denn der rot? Ach, du kannst das Fallschirm jetzt abwerfen, jetzt hast du einen zweiten Fallschirm. Warum ist der rot? Geil. Weil du jetzt Fallschirm abwerfen kannst. Die war wie abwerfen. Die ist ein ganzes abwerfen. Und kannst dann... Und dann öffnen kannst du kriegst einen zweiten Fallschirm auf Deutsch gesagt. Da bin ich mir gespannt. Wenig. Wenn nicht. Wenig. Nach dem roten, ne? Nach dem roten, nicht davor. Ja, nach dem roten nicht. Jetzt haben wir so ein bisschen billig, so ein extra Fallschirm. Was ist jetzt mit dem Reservefallschirm oder ist das der Reservefallschirm? Ah, jetzt will ich hier mit lenken man hoch und runter aus. Ah, hier wird Lenkmer. Ja, besser spielen als nie, ne? Ja, ja. Komm, hat einer mit... Warum hast du einen roten? Ich habe alle einen blauen. Runter, 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 runter. Weil er hat noch den ersten. Ja, ich bin ja noch ganz arm dran. Bis arm dran wie arm ab. Oh nein, wir können landen. Geh runter, warum geht der nicht runter, du dummst. Ah, muss man irgendeine drücken, wenn man landen muss. Nein, man muss nicht gestorben. Nö, einfach muss landen. Bin voll aufgeklatscht. Nein, nur landen. Also einfach nur auf dem Boden. Du musst auf diesem Kreis landen. Ja, der läuft da noch ein Stückchen weiter vor allem. Oh, 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 oh. Ja, ich bin total abgekriegt. Bin, hab mich auf die Fresse gelegt und gestorben. Kann ich jetzt in den Kreis reinspringen? Okay, wo konnte man auf dem Gamepad dann noch krasser lenken? Mit R1 und L1. Sag doch jetzt zum Kreis, alle. Was? Keine Sätze und gleiche Funktion. Äh, den Fallschutzmeister. Das Problem ist, äh... Nie wendet. Wie? Warum, Alter? Ja, weil du zu spät bist. Du hast zu lange gebraucht. Da, ich bin auf Punkte, hab ich. Das ist ein Scheiß. Bin auf einem Baum gelandet. Das weißt du, Moment mal, wer wollte denn da tolle Fallschirm springen? Das ist der Herzen aber geiler. Boah, der Onkel, guck mal, der freut das dich, ey. Der hat einen Anfall gerade gehabt. Guck mal, er ist der Einzige, der das verendet hat. Ja, super. Ja, das ist so. Herrlich. Wie war das? Der hat mir gefallen. Auch ein blindes Huhn. Na, so. Übrigens, das hat überhaupt nichts zu tun mit dem Level. Nein, nein. Oh, okay. Ey, es ist nur verantwortet. Aktualisieren, bitte. Bitte aktualisieren. Das ist falsch auf dem Spinn. Oder Autorennen. So, hier, Autorennen, da. Schöne Aussichten, ne? Was ist denn das? Nee, hier, Dubai Awards, nicht? Okay, dann können wir mal schöne Aussichten. Ist egal. Was ist denn das für ein Männchen da unten, dieses, äh, in der Mitte da unten? Keine Ahnung, ich glaube, äh, der ist manchmal so. Ah, definitely. Nee, definitely. Das ist Totenkopf, ja. Running Back, was heißt das? Genau wie vor jeder. Running Back ist der neue Modus, dieser Football-Modus da. Hm, ach so. Also habt ihr, da habt ihr, äh, sind zwei Teams und einer, du musst das eine Team versuchen, das eine Auto aufzuhalten und ach, das muss, keine Ahnung, musst du dir auch klären. Das ist wie beim Rugby, oder? Erklärst du dir mal, vor der Aufnahme, das ist Spiel. Nee, American Football. Genau. Einer hat den Ball, muss quasi, also einer hat ein kleines Smart-Vieh, so ein Smart-Auto und muss versuchen, ins gegnerische Tor zu fahren. Richtig. Und alle anderen müssen versuchen, ihn aufzuhalten. Und anders. Aha. Also, einfach nur Autofahren und rammen und so weiter. Genau. Also gibt's das hier auch nicht, ne? Das ist ja sinnvoll. Das ist jetzt nicht hier. Ach so. Das ist jetzt ein normales Rennen. Hört ihr, Leute, das war absolut eine Sabotage. Du hast doch, du hast gefragt, ja, also. Genau. Alter, was sind das für Fahrzeuge hier? Injektion, Alter. Ich krieg der ohne Injektion. Buggy, auch wie süß. Ich werde überlegen, welches Fahrzeug ist der. Monster Truck. Nee. Aber ohne. Ah, ich weiß. Nee, den nehme ich garantiert nicht. Der ist richtig scheiße zu steuern. Ich habe einen, zack. Fertig. Der sieht toll aus. Pink. Der sieht toll aus, nehme ich. Genau. Der aber doch ganz gut. Ich weiß ja nicht, worum es geht, ne? Ich nehme das hier, ja. Das ist einfach nur Autorennen. Irgendein Fahrzeug, ja. Über die Pampa. Du sollst nicht zu langsam nehmen. Da, wollte ich meine Tochter. Gibt es noch einen Panzer? Lina, nutze dich. Leider nicht. Leider nicht. Was kriegt man? Was kriegt man? Was kriegt man? Was kriegt man? Ach, scheiße. Warum? Ich wollte wetten auf dich. Gehen wir es mal als Kompliment. Lola fährt einer mit dem Motorrad? Was? Nicht mehr lange. Warte mal. Leider dreht erst mal durch. Alter! Was hat der denn für den Speed? Also Helm hier, ganz schön aggressiv. Gar nicht. Der hat irgendwie alle schneller als ich. Was hat der denn erstes schon rausgehauen? Ey, ich finde ich wieder. Alter! Da sind Schrottkarren. Das ist nicht Schrottkarren. Die sind nicht aus. Wer steht das hier vorne? Das ist hier der erste Platz. Das geht mal um 6. Echt jetzt? Gar nicht. Ja, die sind da das gar nicht so ausgelegt. Ich dachte, wir fahren hier mehr Gelände. Man muss mit der Maus überhaupt mitlenken, damit man die Richtung überhaupt zieht, wo man hinfährt. Das übrigens auch. Ja, wie meinst du das? Natürlich muss man mit der Kamera nach... Natürlich ist es so, weil man bei jedem Eilkorin so ist, dass man mit der Kamera irgendwann nachziehen muss. Das ist ja kein Autorin. Das ist ja kein Autorin. Warum ziehst du an mir vorbei? Warum bist du auch immer schneller? Was denn da? Meine Karre fährt ja auch nicht schneller. Ich bin Windscher, wenn ich von einem kleinen Moped gekommen bin. Ja. Oh, nein. Nein, bitte leben. Oh, 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 oh. Genau, tschüss. Oh, fuck. Habe ich mir auch gerade gedacht. Er leckt mir mal. Nein, 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 nein. Warum überschlägst du dich denn gleich? Oh. Ist klar. Boah, ich hab's noch gerade. Boah, hast du Glück, aber ich war schneller. Ja. Wow. Ja, das liegt. Krass. Oh, jetzt kommt wieder... ...ne Monsterkurve kommt jetzt wieder her. Oh, Grivano, kannst du mal ein bisschen von deinem Mikrofon weggehen, bitte? Mhm. Oh, scheiße. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Oh, wenn's was macht, tschüss. So. Ich bin schon weiter weg. Nee. Oh, die Karre fährt nicht. Wo konnte man sie eigentlich missbohren auf dem Controller? Dreieck. Weiß ich doch nicht. Geh weg, ja, Max. Wie sieht das Ding einfach... Alter, dein Fahrzeug ist stärker. Ja, genau. Ich überschläg mich wieder hier. Überschläg mich? Ja, du bist halt über den Buggy gedonnert. Oh, das ist doch unfair. Ich hab da nen Helm auf. Was? Ne, du musst weiter hinten. Achso. Hey, wo bist du? Wo ist mein Helm? Komme, ich komme. Oh, ich bin am Ziel. Komm, 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 fahr. Geh weg. Erster. Oh, der Drecksack. Aber Zweiter ist auch gut. Und ein... Erste Mal irgendwas beendet. Nein. Volle Cheaterei, ey. Nein. Boah, überschlägt sich nur fast. Ich hab das erste Mal was beendet. Ich glaub das nicht, ja. Tatsächlich, ja, ja. Stimmt. Stimmt. Ich hab geübt, Autoren. Ich bin das Letzte. Boah, scheiße, ey. Boah. Du bist Zweiter. Uhuhuhuhu. Zwei Minuten. Ich bin Vierter. Stimmt gar nicht. Gibt's dazu, dass du auf Black Screen gefahren bist? Ja. Ja. Für die Kamera war total eine Scheiße. Er ist nach Geräusch gefahren. Er ist nach Geräusch gefahren. Nach der Spurrille. Nach Necholot. Ich muss mir das mal mit der Kamera überhaupt mitlenken. Das find ich sehr toll. Wahl... Wahl-Style. Also, das ist natürlich scheiße, wenn man seine Kamera nicht mitbewegt, dann hat man so richtig scheiß Kamerasteuerung, ey. Der genau beobachtet. Er führt um die Ecke und sie ist keine Strecke mehr. Das ist was denn hier los. Oh, herrlich. Also, ich hab ja... Das ist Höllenritt. Fahrradfahren. Höllenritt? Ich hab Bock zu töten. Back zu Fahrradrad. Du siehst du was? Das war mir denn jetzt hier. Fahrradfahren. Achso. Wie geht das? Kabaks, du hast du... Fahrrad... Einfach geradeaus drücken. Nee, nee, das geht nicht. Du musst, glaube ich, noch irgendeine andere Taste hin. Ja, Dreieck. Ich kann aber auch Motorräder machen. Das ist ein Dreieck. Ich glaub, mach dreimal Motorräder. Also, Fahrradrennen ist das einzige, wo ich sagen muss, da hab ich durch mein hohes Level mehr Chancen, weil ich nämlich voll aufgeklinkst bin. Also, was geht hier um die Fahrräder? Die haben drei Gange, ne? Und du hast zwölf Gänge. Nein, ich bin in der Ausdauersjahr hoch. Ja, Onkel hat voll die Fußballer warten. Und der hat eine Luftbombe dabei. Der kann unterwegs sein. Die nimmst du nicht ernst und dann fragen sie sich, warum ich so schnell vorne bin. Okay, gut. Lacht mich nur aus. Das ging mir schon nicht. Ich dreh dich vom Fahrrad. Warum ist eigentlich die Warnung vom Level niedriger als Helm und Helm kann das Spiel nicht? Weil ich im Singleplayer-Modus ein bisschen was gemacht habe. Aha, also kannst du doch fahren. Ja, das ist aber schon ein bisschen her. Warte mal, sprung ich X-Sprung-Nutzung? Was soll das denn? Was? Was? Ach, das Fahrrad sieht nur aus. Alitude? Ja, aber das ist kein Fahrrad, das ist ein Motorrad. Also hat er keinen Vorteil. Ach so, okay. Das ist nur ein Motorrad. Das ist ja prima. Ja, wer zeigt denn seinen Schinkelfinger da? Der Helm. Ich. Hast du das gemacht? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Kabak. Hier, da. Bitteschön. Für alle Freunde der Kunst. Was denn? Hier. Was, F? Höllenritt, oh Gott. Mit Dreieck. Mit Dreieck. Mit Dreieck. Das kann ich auch. Warum darf ich den jetzt nicht setzen? Das verstehe ich nicht. Weil du kein Geld mehr hast. Geld spielt überhaupt keine Rolle. Geld spielt überhaupt keine Rolle. Hat er schon verspielt alles. Was geht's los jetzt hier? Yeah, ich hab den Turbogun aktiviert. Seid ihr alle schneller. Wir haben alle das gleiche. Ja. Ich. Ich. Ey, was soll der Scheiß? Ey, der hat wieder ein Kabikaze. Warum schallt der denn hin? Wieso schallt der denn hin? Wieso schallt der denn hin? Wie konnte der Gas geben? Ich hab den verkackten Punkt wieder vergessen. Verkackt. Ja, wie? Oh. Ich hab den Zaun gekillt. Ich hab den Zaun gekillt. Wir scheißen alle ohne Ende. Ja, da kriegst du aber kein Zulid. Das ist einfach nur. Ne, wirklich nicht. Da kriegst du einfach nur. Sieht nur schick aus. Ey, wo bin ich? Ich bin falsch. Ich bin im falschen Verein. Das sind wir doch schon gefahren. Ja, ist klar. Penner. Wie sind wir schon gefahren? Was? Wie nehm ich dich Penner? Naja. Aua. Oh, gesprung und mit dem Kopf am Ast hängen bin. Oh, da werde ich letzter. Oder nie beendet. Ich bin die falsche Abfahrt genommen. Ich bin nach Ägypten aufgebogen. Ich bin im Ast hängen gewesen. Wir waren nur erst denken und dann reden. Ja. Bin ich schon wieder weg. Ich bin die falsche Abfahrt genommen. Was? Ja. Runde 2. Nein, der scheiß Helm, der irritiert mich. Also den ich auch hab. Ey. Scheiße. Ey. Ich bin doch gar nicht da. Hilfst du von mir. Ja, wärst du mal da. Und der Visierrutsch will dauernd ins Gesicht. Alter, was willst du? Was willst du? Oh, fuck'n Auto. Wo ist Helm? Aha. Wer ist denn hinter rechts? Oh, ich seh was. Ich seh da einen. Ich seh da was. Ich seh da was. Hinter wem war ich denn jetzt? Hinter wem war ich denn die ganze Zeit? Fangen wir an. Das kannst du vergessen. Dahinten kommt wer. Alter, du müsstest du durch die Drehung fahren? Oh, 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 oh. Da kam mir ein Auto entgegen. Ah! Baum. Tot. Der Baum ist tot. Ich sah Baum, dann sah ich schwarzes Bild. Mein Freund der Baum war tot. Scheiß Drecki. Baumie. So, und? Da fährt noch einer. Wer ist der Champ? Wer ist der Champ? Und? Ich. Ja, der der bescheid ist. Der am Anfang alle weggehauen hat. Ich hab gar nichts weggehauen. Wir haben einen Korbis gefahren. Ihr habt euch alle gegenseit. Wer macht denn da so ein Salto? Ich. Ich hab gar nichts gedrückt. Ich bin gefahren auf dem Weg. Auf einmal fährt der Salto tot. Ich bin gefahren auf dem Weg. So, Papa Ilm. Was macht ihr da Schönes? Ich fahr zwischen Autos lang. So, was? Zwischen Autos lang. Unter dem Auto fährt er lang. Er steht auf einem Auto und lässt sich mitnehmen. Na komm, beeil dich mal. Du möchtest das noch beenden. Ja, ich muss das einmal beendet haben. Na, na kommst du, kommst du. Wo ist er denn? Oh. Da ist er ganz, ganz knapp. Boah. Sag, wie war das denn Helm auf was? Aber ich hab beendet. Ich glaub's nicht. Weiß Helm hat er gesagt. Ach ja. So bestimmt doch der Part jetzt rum, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Genau. Ah, der Gabax wieder. Der alte Driver. Kann man den nicht mit Tomaten bewerfen. War auf jeden Fall sehr lustig. Wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Alle Kanäle natürlich unten verlinkt in der Videobeschreibung. Und da würde ich sagen, bis denn. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.